Willkommen im Matthias-Claudius-Haus. Wir sind Stefan, Sabine, Elke, Sven, Jessica, Juliane, Moritz. Wir sind auch Frau Lange, Frau Hofmann, Frau Schumann, Herr Liebscher und neuerdings auch Frau Leitner. Ich habe hier ein Lähm wie im Sieben-Limmel. Ich brauche nicht waschen, ich brauche nicht aufhängen, ich brauche die Räne machen. Ich möchte nicht mehr hier vor. Wir sind eine große Gemeinschaft. Wir leben und erleben gemeinsam. Das Besondere an uns ist, dass wir den Lebensalltag der Bewohner individuell gestalten mit verschiedenen Angeboten für die an demenzerkrankten Menschen, aber auch für Menschen, die ihren Lebensalltag hier noch toll verbringen möchten mit schönen Angeboten. Wir sind ein Seniorenpflegeheim, wenn Sie so wollen. Aber wir sind noch viel mehr. Wir leben direkt im Grünen. Gut, das tun andere auch. Aber wir sind YouTube Musikclub und grandiose Tänzer. Wir sind Fitnessclub und wir sind Kochclub mit frischen Zutaten. Auch für unsere Tiere. Wir sind Zoo. Wir sind Christen. Wir sind Gehirnjogger. Wir sind Gärtner. Wir sind Ausflugsziel. Pflügen aber auch selbst aus. Jeder macht, was er will. Der eine liest, der andere macht das. Also, einwandfrei besser kann es nicht gehen. Ich mache gerne den Sport und dann sind wir immer nachmittags in den Garten. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind Genießer. Der Mitarbeiter, der ist zwar hier auf Arbeit, aber kein Mitarbeiter ist hier, weil er das nur als Arbeit ansieht. Das ist eine Arbeit, die muss man auch mit Herzen machen und das spüren dann auch die Bewohner. Ja, wir sind ein Team. Ein Team aus Bewohnern, Pflegern und Alltagshelfern. Wir sind kein typisches Seniorenpflegeheim. Wir sind Ihr neuer Lebensabschnitt. Und wann auch immer Sie bereit sind für den neuen Schritt, wir freuen uns auf Sie. Wir sind ein Team.